Das ist wirklich ziemlich verrückt. Es scheint tatsächlich so, dass es im Wald eine Art Internet, das Wood Wide Web gibt. Demnach hätten die Pflanzen schon Millionen Jahre vor uns die Kommunikation über Datenleitungen erfunden. Immer mehr Forschungsteams sind mittlerweile von der Theorie des sogenannten Wood Wide Web überzeugt. Das Internet des Waldes. Ihr habt euch dieses Thema bei WhatsApp gewünscht und bekommt jetzt alle wichtigen Facts. Wie schnell ist das Wood Wide Web und wie werden die Kosten abgerechnet? Ja, so etwas scheint es wirklich zu geben, das alles und viel mehr jetzt bei Clixoom Science & Fiction. Herzlich willkommen und am Ende erfahrt ihr wie ihr zu WhatsApp kommt. Unzählige Informationen gehen Tag für Tag, Stunde für Stunde, ja Sekunde für Sekunde durchs World Wide Web. Alles was man davon wirklich sieht sind ein paar Kabel, Server und der Router in der Wohnung. Im Wald liegt das Netz unter dem Laub versteckt und mit seiner Hilfe kommunizieren Bäume. Dazu der Zellbiologe Frantisek Baluska von der Universität Bonn. Bäume haben ihre eigenen Probleme, ihre eigenen Fähigkeiten mit Problemen umzugehen und sie kommunizieren auch miteinander und lösen die Probleme miteinander. Und diese Kommunikation der Pflanzen ist tatsächlich erst seit einigen Jahren als seriöse wissenschaftliche Fragestellung anerkannt. Doch mittlerweile steht fest, Bäume kommunizieren nicht nur über Duftbotschaften, sondern auch über Pilze. Konkret handelt es sich um sogenannte Mykorhiza, weiße Pilzfäden, die tatsächlich mit dem Feinwurzelsystem der Bäume Kontakt aufnehmen und Botschaften an andere Pflanzensträucher und Bäume übermitteln. Genau wie beim World Wide Web werden durch das World Wide Web also unzählige Nachrichten von Baum zu Baum gefunkt, die jeweils in einem Netzwerk zusammengebunden sind. Experimente zeigen, dass sowohl Wasser, Kohlenstoff und Nährstoffe zwischen den Bäumen transportiert wird und zwar ganz individuell abgestimmt auf die verschiedenen Bedürfnisse. Droht den Nachbarbäumen beispielsweise auch der Befall durch Insekten kommuniziert, dass die Kastanie an ihren Nachbarn weiter. Alles wird einigen Studien zufolge tatsächlich über sogenannte Mutterbäume gemanagt, ähnlich wie beim Film Avatar. Im übertragenen Sinne sind Pilze also die Glasfaserverbindungen des Waldes. Forschungsteams nennen genau diese Verbindung World Wide Web und das gesamte Ausmaß, das kann man sich kaum vorstellen, denn die Pilze, die wir im Wald sehen, das sind nur die Früchte. Die eigentlichen Pilze findet man unterirdisch und dort sind sie riesengroß, teilweise Quadratkilometer. Das größte Lebewesen der Welt ist ein Pilz, es ist ein dunkler Hannimash, Größe 1200 Fußballfelder, Gewicht 600 Tonnen. Zum Verständnis, wenn ein Pilzsammelser also einen Steinpilz findet und meint einen Pilz gefunden zu haben, ist das in etwa so, als wenn man einen einzigen Apfel findet und sagt Hey, ich habe einen Apfelbaum gefunden. Der Pilz selbst ist also ein riesiges Geflecht. Die Pilze sind nur die Früchte oder Blüten, wie bei Blumen, die dann die Sporen, die Samen verbreiten. Und wir kennen das als Internet-User nur allzu gut, um das Internet nutzen zu können, müssen wir zahlen. Und so geht es auch den Bäumen, die wirklich hohe Kosten haben. Konkret stellen die Pilze also die Möglichkeit der Kommunikation her, also das Internet, dafür bekommen sie Nahrung von den Bäumen. Im Klartext, Zuckerlösung und das nicht zu knapp, bis zu einem Drittel der gesamten Photosynthese-Produktion müssen die Bäume an die Pilze zahlen. Eine Art Symbiose also, die Pilze können sich nicht selbst ernähren, sie sind auf das angewiesen, was ihnen andere Lebewesen zur Verfügung stellen. Die Bäume können erst durch die Hilfe der Pilze kommunizieren. Die wichtigste Frage neben den Kosten ist natürlich die Geschwindigkeit und die ist im Wald ziemlich gering. Forschungsteams schätzen die Nachrichtenübertragung auf etwa einen Zentimeter pro Sekunde und das ist für die Bäume im Wald mehr als ausreichend. Die Wissenschaft tut sich mit diesem Thema, also dem Verhalten, tatsächlich noch etwas schwer. Es ist also noch nicht wirkliche Lehrmeinung, es gibt noch Unsicherheiten, also ist die These noch eher im Stadium der Hypothese. Aber mittlerweile gibt es Publikationen, die eine Kommunikation zwischen solchen Baumpilz-Netzwerken nachgewiesen haben. Wenn man davon ausgeht, dass Pflanzen kommunizieren, sind viele Fragen offen. Verfügen Pflanzen über ein Sozialverhalten? Denn Kommunikation ist schließlich eine soziale Handlung. Sind Bäume Sozialwesen? Dazu der Biologe Baluska. Ich für meinen Teil gehe davon aus, dass Pflanzen Lebewesen sind. Wenn sie aber Lebewesen sind, müssen sie auch ein Sozialverhalten haben. Als Beispiel nennt der Forscher in einem Interview junge Bäume, die in einem ganz dichten Wald wachsen. Normalerweise müssten sie absterben, da sie kaum Licht bekommen. Doch wenn sie mit den großen Bäumen drumherum verwandt sind, bekommen sie Zucker über das Pilz-Netzwerk und wachsen weiter. Baluska geht sogar noch weiter. Er ist sich sicher, dass Bäume auch ein Gedächtnis haben. Denn offensichtlich nehmen sie die Daten ihrer Umwelt nicht nur wahr, sondern speichern sie und stellen sich damit auf Veränderungen ein. Mehr als 20 Parameter, die sich ständig verändern, nehmen Bäume demnach aus der Umwelt wahr und auf dieser Grundlage treffen sie dann Entscheidungen. Beispielsweise entscheidet sich eine Wurzel dann, ob sie nach links, rechts, nach oben oder nach unten wächst. All diese Erkenntnisse, die es weiter zu erforschen gilt, können uns nur viele Hinweise bezüglich unserem Umgang mit Pflanzen geben, wie beispielsweise in der Land- und Forstwirtschaft. Beispielsweise folgt daraus der Schluss, dass ältere, erwachsene Bäume wichtig für das Wachstum der Jüngeren sind. Also würde es Vorteile bringen, wenn wir in der Forstwirtschaft die sogenannten Mutterbäume bestehen lassen. Außerdem sollten wir unter Rücksichtnahme auf unterirdische Netzwerke den Vorgang des Flügens bewusster einsetzen. Ja, und wenn ihr als erstes Neues zu diesem Thema und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann meldet euch hier bei WhatsApp an. Dann erfahrt ihr vor allen anderen von mir vom neuesten Video eben vorab garantiert. Ihr könnt dort direkt in der Redaktion von Klicksohn mitmachen und mir Themen vorschlagen oder andere Vorschläge machen. Der direkte Draht zu mir. Einfach hier draufklicken. Und natürlich nicht das Abo mit der Glocke vergessen. Hier geht es weiter mit dafür draufklicken Pflanzen mit Superkräften. Ja, spannendes Thema. Ansonsten bis dann, bleibt dran.